Krimskrams GmbH Ölfassbulle Scheiße Nein, komm ich denn ohne mit Nehm ich das jetzt noch mit? Das ist ne gute Frage, oder? Nö, tue ich nicht, ich hab keinen Bock mehr eigentlich Jetzt will ich ja wieder mit null leben hier Na wobei, ich hab doch... Ja komm, ich hab doch den Schweizer Bock genommen von der Older Das heißt, wir machen das jetzt folgendermaßen Gehen jetzt wieder hier hin Genau, warte mal, ist das richtig überhaupt? Nein, ist es nicht Das heißt, ich muss das nächste mit null leben hier weitermachen, seriously Ich hab keinen Bock drauf eigentlich Ich wäre diese dummen, selbstgesprügten Brücken nicht nochmal ganz vergessen, ey Ich glaub, das Level nehmen wir ja so nach mit hier Ich glaub nämlich, wenn ich jetzt nochmal einen neuen Part angefangen will, ist das noch nicht vollständig Ich wollte ja eine Minutenzahl oder so Deswegen kann man das ruhig noch machen Ich spiel die ganze Sprecher mit einem Arm durch, so sieht's aus Boah, nehm das mit, alter Du bist doch so ein Vollhorst Du bist doch so ein Vollhorst Hallo Ich häng hier an einem Seil Oh, okay Okay Was? Ach, keine Ahnung Er hätte es irgendwo gegengeschmeißen müssen Ach, keine Ahnung Er hätte es irgendwo gegengeschmeißen müssen Du bist so cool Du bist so cool Wo ist Donkey hin? Ich dachte, ich hab grad irgendwie Donkey bekommen Aber irgendwie hat jemand verkackt wohl Dumme Scheiße Kann nicht sein Ist doch shit Dumme Kacksau Du bist so cool Und da ist ein Secret da oben Und da ist ein Secret da oben Unglaublich Ich hätte wahrscheinlich noch viele weiter mitnehmen müssen Für das Geheimnis Ja toll Ich kann ja nicht Ich hab ja nur Leben Ich kann ja an der Stelle nicht fortsetzen Das ist ja los Wäre ja unfair irgendwie Ich hatte nur mich ganz komisch geregelt Glaub ich in dem ein Level Dass ich da von der Mitte an Hab Weiter gemacht Ach scheiße Aber ich krieg auch keine Bananen hier Für mehr Leben raus Och fick dich du Drecksabe So Das ist natürlich scheiße Du kriegst hier keine Bananen Oder sonst irgendwas Du kriegst hier ja nichts In dem Level Das ist ärgerlich Das müsste eigentlich bedeuten Ich muss es in einem Hut durchspielen Wenn ich sagen würde Ja ja Ich hab zwar die Hälfte erreicht Aber Ich hab halt nur Leben An sich Wie macht man das? Wie regle ich das denn? Ja guck mal hier Ok ich weiß was ich haben will Ja verkackt Ich hab mir halt überhaupt nicht mal angeguckt Irgendwas in welcher Reinfall gekommen Also Das war jetzt wieder richtig dumm Ich werde jetzt nicht Die ganze Zeit mitnehmen Ich werde jetzt nicht diesen dummen Reiten die ganze Zeit mitnehmen Wie ist das? Ach Leute ey Ernsthaft Klar, man ärgert sich ein bisschen. Das gehört noch dazu, hallo? Ich soll jetzt nicht so, dass ich rumschreie oder sonst irgendwann. Das finde ich immer so übertrieben, wenn ich sage, oh, ich saß hier bei dem Spieler und will, hä, tut überhaupt nicht. Ich habe immer noch mega viel Spaß mit dem Gang gerade. Wenn ich mir nicht Spaß machen würde, würde ich nicht seit 3 Stunden aufnehmen, hallo? Jo, also bis hier, das ist mega easy. Und jetzt habe ich mir gemerkt, es kommt so ein komischer Piss ab, wenn man da unten kommt, genau. Man sah jetzt mal nix zu, lass hier immer so stehen an der Stelle, genau. Und jetzt kommt ja irgendwo eine Kacke hier wieder. Genau, ich will nicht wieder drauf rennenfallen, Alter. What the fuck? Leck mich am Arsch! Boah, ist das bitter. Ist das bitter einfach. Das ist wieder so eine Kacke. Komm, lass das einfach los. Mann, hätte ich hier mehr leben können, könnte ich eins noch vom Speicherverseiter machen, aber... Jetzt muss ich das hier quasi in einem Stück kacken. Was schaffen die Kacke? So, wollte ich das sagen. Ich muss das in einem Stück kacken. An einem Stück. Ich muss das in einem Stück kacken. Keine Ahnung, Mann, ich würde... Weiter. Ich mag auch, wie ich jetzt die meisten Zeit mit dem Level gar nichts mehr richtig sage, Sondern die Musik mit Summe. Daran merkt man aber, wie geil der Soundtrack ist. Aber man muss wirklich dazu sagen, viele Fehler, die ich in der letzten halben Stunde so mache, einfach nur, weil ich jetzt ungenutig bin und einfach durchrennen will. Kann man gar nicht anders sagen. Aber deswegen ist doch vielleicht die Pause dann gleich mal gar nicht mehr so scheiße, weil ich will dann bei der neuen Zeichen denke, wir fangen jetzt hier müdlich an und rennen halt nicht einfach durch. Ja, wir scheinen ja zu funktionieren, weil hoffentlich habe ich den Level jetzt einfach. Fick dich, wieso schmeißt du den jetzt drei Fässer, Mann? Okay. Was war das denn, ey? Und weiter. Was? Was habe ich denn jetzt gerade gemacht? Was war das gerade? Wie habe ich denn diesen Stamm gerade gemacht? Warte mal. Warte mal. Warte mal, wo drücke ich denn dafür? Jetzt habe ich wieder die Taste nicht vor, mit der ich dann mache. Ach, scheißegal, weiter. Nein, jetzt habe ich irgendwie die Tasten... Verkackt. Warum brenne ich jetzt nicht mehr? Was mache ich? Weil ich drücke gerade die falschen Tasten hier. Oh mein Gott. Ich verarsche mich hier gerade selber, Alter. Jetzt habe ich wieder meine richtigen Tasten, so. Ich mache einfach immer weiter. Ich sage, es wird einfach niemals enden. Weil ich jedes Mal denke, ja, ein Level ist noch drinnen. Beziehungsweise ist die Minutenzahl so doof verteilt, dass ich das nicht schön auswirken kann. Jetzt mache ich nochmal weiter. Vielleicht passt das ja dann besser. Vielleicht das Spiel auch echt so designiert, dass man hier einfach mal ein bisschen schneller macht. Also, dass man hier einfach mal ein bisschen besser durchrennt. Weiß ich nicht. Bei sich sieht man ja, wenn man ungefähr weiß, was Sache ist, dann kann man hier schön durchrennen. Dann muss man nicht mal so vorsichtig sein. Oh, verdammt. Warte mal. Ne, da ist es glaube ich nicht, oder? Ne, glaube nicht. Oh, ich kriege ein Leben gleich. Moment mal. Noch 10 mal nahm, ich hätte ein Leben. Oh, 10 mal nahm, ich hätte ein Leben. Könnte ich mich vom Safe State weitermachen? Ne, vom Safe State. Ich sag die ganze Zeit, Safe State. Nun speichert was. Oh, ne. Ich hasse das gerade. Ich hasse wirklich gerade alles an dieser Situation. Was, was? Ich brauche gerade wieder ganze Parts für Level. Ich brauche halt ganze Parts für Level. Und das ist nervig. Das ist richtig nervig. Ich habe mich echt gefreut, dass ich relativ gut durchkomme. Und jetzt brauche ich wieder so lange für so eine Scheiße. Der Anfang war so gut, man. Der Anfang war so richtig gut. Und jetzt brauche ich schon wieder so lange für diese Level. Ja, er hört sich zu freuen, die wir beinermachen. Man kann sich freuen, wo das Level geschafft haben. Aber ich merke wirklich, in manchen Level mache ich ähnliche Sachen wie damals. Das ist witzig, irgendwie. Ich habe nämlich das Gefühl, dass ich damals von diesem Level auch relativ durchgerank bin, weil ich dann wusste, wo was ist. Ja, spring doch nicht, du Lackfickfatz nasse. Mann. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja nur ein bisschen mehr. Also, halt immer noch nicht so, dass sie jetzt rumschreien, oder sonst wie, oder eben 50.000 mal am Stück beleidigen würde. Klar. Wir besteigen uns ein wenig in der Wunskala, aber nicht so, dass ich sagen würde. Boah, Alter, ich schreie alle zusammen. Die Kasse alles und eben. Da fehlt noch wirklich eine ganze Menge, dass mich das Spiel jetzt hier ärgert. Man hat so Ansprüche eigentlich selbst, weil man will eigentlich vielleicht nur die Hälfte der Folgen teilbrauchen im Gegensatz zu damals. Aber kriegt das irgendwie dann nicht mehr hin, dann nähert man sich paarzeittechnisch doch wieder an, wie lange man damals gebraucht hat. Weil, wenn ich jetzt mal hochrechne, sind nur noch so 5-6 Folgen Abstand ungefähr, bis ich wieder gleich aufbinden mit damals. Das ist doch scheiße. Aber weiter. Das ist ja knapp. Manaa. Manaa! Was? Du bist ja so? Was? mal an der selben stelle kann das sein ob sich jedes mal der selben stelle unterfalle kann das wirklich sein ob sich jedes mal an der selben stelle unterfalle weil ich dieses fass einfach nicht treffen damit wirklich dass ich gehe ist meiner selben stelle unterfall das kann noch nicht sein Nein, der Mann durch ist fast wo er drinnen ist. Oder hier? Ne, das war der Tupperdreifen. Der interessiert mich ja nicht. Der ist so billig. Das Level ist halt so billig. Also ohne ist es, würde ich sogar sagen, das ist eines der einfachsten Level, die jetzt in letzter Zeit dran waren. Das ist sowas von lächerlich einfach, dieses Level. Es ist halt diese eine dumme Fassstelle, wo ich da immer nicht draus und runter falle vorher. Schau doch mal an, wie ich le... Oh ja, okay, ja, ich bin verkackt, weil ich... Also das ist so billig. Es ist wirklich so fucking lächerlichst einfach, dieses Level. Zeige ich jetzt einfach so, wie es ist. Ich muss jetzt endlich mal einfach mal meinen Mood zusammen nehmen und... Wow, ich werde fast runtergerollt. Ja, zu lange gebraucht, zu lange gebraucht. So, jetzt kommt doch die Stelle oder? Jetzt muss ich einfach meinen Mood zusammen nehmen und da richtig drauf jumpen, Alter. Ich krieg's nicht, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg die Stelle nicht hin. Ich krieg die Stelle nicht hin. Ich krieg die Stelle nicht hin, es tut mir leid. Ich krieg's nicht hin. Ich save state jetzt gleich an der Stelle, es tut mir leid. Nein, ich kann, ich darf nicht, ich darf nicht. Ich habe gesagt, ich werde innerhalb der Level nicht save stateen. Ich weiß jetzt wie gesagt nicht, wie es bei dem einen Level war. Komm ich mal nochmal nachher. Ich weiß wie gesagt nicht, wie es bei dem einen Level war, wo ich... plötzlich immer beim äh... Punkt jedes Mal rauskommen. Also... Könnte ich mir den Weg sparen an der Stelle. Ich muss... Ich spiel' die ganze Zeit das komplette Deckslevel. Ineinander weg. Ich scheitere an einer Stelle und ich sehe irgendwie nicht ein, dass ich dieses dumme Level die ganze Zeit von Anfang bis Ende spiele, weil ich diesen Scheiß... Weil ich dieses Scheiß fast da einfach nicht treffe. Das ist sowas von nervtötend. Moment, ich war da sogar schon weiter. Ich erinnere mich doch, dass ich schon so weit war, dass da so ein komischer Affe mehrere Felser ganz schnell geworfen hat. Und wie ich aufgeregt habe, dass da plötzlich drei Felser hintereinander gaben. Ich war da sogar schon weiter, ey. Jetzt erinnere ich mich, dass ich da schon mal da war. Uh, scheiße, ich bin ja kacke, oh. Da muss man eigentlich springen und nicht vorher gerade weggehen, weil sonst schafft man es zeitlich nicht. Ey, wie mache ich das? Die Kette fickt mich, glaube ich, aber die Kette ist so scheiße. Ich habe mich gefreut, dass hier ist doch nur nur so... Uh, 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 uh. Machen, Alter. Ich habe ein Leben. Das ist erst mal schön, aber ich habe leider... Ist okay, aber nicht. Okay, ich werde ab jetzt hier starten, mir reicht's. Ich werde ab jetzt beim Mittelpunkt starten. Es endet uns einfach nicht, es endet uns heute nicht. Mir reicht es jetzt. Es reicht mir jetzt einfach. Ich habe diesen Mittelpunkt erreicht und wir würden jetzt theoretisch nur 90 Leben haben wir sowieso auch wieder hier starten. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist auch wieder so ein Level, das eigentlich überhaupt nicht schwierig ist. Ich hänge wieder in so einem ganzen Verbrechen. Ich habe einen abschissenen Park in so einem wirklich einfachen Level. Und das bringt mich auf, weil ich will fertig werden. Ich will vorankommen mit diesem LP. Ich will jedes Mal einen Park für so ein Level brauchen. Ich habe, wie gesagt, am Anfang so einen schnellen... Ich war so schnell unterwegs mit diesem Spiel. Ich war so schnell. Und jetzt brauchen wir so lange für jedes Level. Oh ja, fliegt doch da drüber einfach. Ich habe keinen Nerv mehr dafür. Ich habe keinen Nerv mehr mit dem ganzen Scheiß hier. Das Problem ist wirklich einfach, dass meine Prinzipien bzw. meine Werte für dieses Projekt sich gerade verschieben. So nach dem Motto, ja, ich will einfach mir Zeit nehmen und irgendwie schaffen ganz einfach zu... Ja, ich muss mich nicht wirklich durchrasen, weil ich die Parts nicht gering halten möchte von der Anzahl. Ich kann es schlecht erklären, was ich meine. Aber ich spiele gerade anders als zu Beginn des LPs. Weil ich einfach nur noch durchrasen möchte so schnell wie möglich. Ohne wirklich die Zeit zu nehmen für die Sprünge. Und ich habe noch nicht mal gerade der Dilli-Fass aufgesagt. Genau das meine ich. Ich mache einfach Fehler, weil ich die Level nicht so spiele, wie ich sie spielen sollte. Dass ich mich konzentriere, dass ich eine Ruhe angehe. Die Level sind nun mal doch nicht so, dass man unbedingt durchrennen sollte. Ich brauche zu lange für dieses Level. Ich brauche nicht entschieden zu lange für dieses Level. Aber ohne Mist. Also traurigerweise kann ich jetzt schon sagen, ich brauche für dieses Level deutlich länger als damals. wenn ich wie viel in Jamaica gespielt habe. Da bin ich mir sicher. Und das ist ein Abo-Zeugnis. Ich finde wirklich das ist ein Abo-Zeugnis, wenn man für Level länger braucht als damals. Also kürzer ist ja mega cool. Aber auf einmal irgendwo schlechter zu sein als damals, ist irgendwie seltsam, weiß ich nicht. Ich meine aber auch, dass das das Start-Level von der Session war. Kann sein, dass der Boss noch am Anfang von der einen Aufnahme damals war. Aber ich meine, dass ich die Session mit diesem Level angefangen habe. dann kann man vorstellen, dass das dann wirklich anders ist. Wenn man mit so einem Level anfängt. Ist man noch gerade Früchte dabei? So, keine Ahnung. Weil jetzt bin ich ja schon drei Stunden und zwei Minuten dabei. Also, das ist vielleicht anders irgendwie. Ich fick dich. So. Oh mein Gott, jetzt nicht daneben springen. Oh mein Gott. Aber warum springst du nicht richtig gerade? Warum springt dieser Affe nicht richtig von dem? Reißt du ab? Das wird mir das Genick brechen. Ich hätte jetzt wirklich gesagt, wenn jetzt noch irgend so einen Fässerschmeißen eine Affe gekommen wäre, bin ich jetzt gekilltert. Ich glaube, dann wäre alles vorbei gewesen. So. Hier mache ich jetzt Pause. Ist mir ja scheißegal, wie die Folgen aufgesplittet werden. Ich mache jetzt Pause. Mir reicht es. Beim nächsten Mal. Trick, Trak, Dreck. Das war kein Dreck hier. Der erste. Tschüss.